Silvio Pagano, was sagst du zum Spiel? Vor allem hättest du noch gedacht, dass du nach deinem Elfmeter noch ein Tor machst und dann per Kopf, das sieht man ja auch nicht allzu oft. Ja, in erster Linie wollte ich sagen, dass das ein ganz verdienter Sieg war. Ich denke, wir haben die ersten 30 Minuten schon dominiert bis zum 1-0 von denen. Ja klar, dann verschieße ich leider den Elfmeter. Ärgerlich, nur ich hatte heute doch wieder das Gefühl, dass wir wirklich heute die drei Punkte holen können.